Musik Wunderschönen guten Abend aus München. 20 Uhr, wir sind live drauf. Auf natürlich mit der Kuhnert und Koholi, die Show, Ausgabe 74. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es wird ein bunter Abend. Gleich sprechen wir mit Florian Schwarz über Nova Motors. Mit einem dieser wunderbaren Fahrzeuge bin ich eben schon reingefahren. Hier in Studio zum Start in diese wunderbare Ausgabe. Und ich freue mich sehr über meinen ersten Gast. Das geht heute Schlag auf Schlag. Das habe ich gesagt von Nova Motors, Florian Schwarz, Vertriebsleiter. Florian, grüß dich, mein Lieber. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. War ja für mich schon ein Erlebnis, muss ich sagen, wo ihr eben hier in München herangefahren seid. Wo wir uns unten in der Garage getroffen haben. Ich durfte mit einem eurer großartigen Modelle hier nach oben fahren. Wir werden gleich, liebe Zuschauer, das Holiday Show Set verlassen. Und werden uns in zwei Produkte, zwei Modelle von Nova Motors reinsetzen. Und werden quatschen. Du wirst uns natürlich das eine oder andere dazu erzählen. Aber grundsätzlich erstmal, was steckt hinter Nova Motors? Was ist euer Kerngeschäft? Also die Firma Nova Motors wurde 2010 gegründet, hat ihren Sitz in Eppingen, ist in der Nähe von Heilbronn im wunderschönen Greichgau. Zunächst hat der Vertrieb angefangen im Bereich der Verbrenner, 50 Kubikklasse und auch höher. Und jetzt mittlerweile haben wir circa 60 Prozent schon Marktanteil im Bereich der Elektromobilität. Einer dieser Produkte hast du heute schon getestet. Das ist unser Bandi. Aber auch Elektroroller haben wir noch im Sortiment. Ich finde es ja großartig. Zum einen natürlich die Produkte, die natürlich auch für viele, gerade ältere Menschen oder Menschen mit Handicap, eine tolle Erleichterung darstellen. Ich finde aber so sensationell, wie die aussehen. Also die sind ja richtig stylisch. Ist das eines der Konzepte, wo du gesagt hast, das ist für uns ganz wichtig? Ja, das Produkt hat uns von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Erstens die sportliche Art. Vor allem die Bereifung. Man kann auf Unebenheiten problemlos fahren, genauso wie auf der Straße. Es sieht flott aus. Es ist einfach ein tolles Fahrerlebnis, mit diesem Fahrzeug unterwegs zu sein. Und ich will endlich wieder drinnen sitzen. Deswegen ziehen wir gleich um, liebe Zuschauer. Aber vorher gehen wir... Liebe Zuschauer, dann kommen wir zu unserem Angebot des Tages von morgen. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind umgezogen. Florian Schwarz von Nova Motors und ich. Wir haben uns jetzt hier... Also ich bin ja ein Fan, hast du ja eben schon gemerkt. Meine Augen haben ja gestrahlt, wo wir uns in der Tiefgarage getroffen haben. Das sind jetzt hier so zwei Modelle von euch, von ganz vielen Modellen. Richtig, ja. Ja, du sitzt jetzt hier auf dem Bendy Premium. Ich hier in der klassischen Ausführung. Es gibt da ein paar Unterschiede. Klar, die Premium-Variante hat den etwas größeren Akku. Da sprechen wir von einer Reichweite von etwa 45 Kilometer. Das Tolle in dem Fahrzeug ist, wir haben hier einen tragbaren Lithium-Ionen-Akku. Und es lässt sich auch noch problemlos erweitern unterm Sitz. Das heißt, du kannst einen Doppel-Akku-Pack mit dazu bestellen, hast dann Reichweite bis zu 90 Kilometer. Das ist schon eine richtige Ansage. Könnte ich ja jetzt zum Beispiel, ich komme ja aus Thüringen, wie gesagt, aus der Nähe von Eisenach. Wenn ich jetzt mal nach Eisenach zum Einkaufen fahren würde, könnte ich das theoretisch machen. Wie schnell fährt so ein Fahrzeug? Also das Fahrzeug ist ausgestattet mit drei Stufen. Einmal die erste Stufe, die fährt dann 6 kmh. Die Stufe 2 beschleunigt bis zu 15 kmh. Und die Stufe 3 bis 20 kmh. Wer ist jetzt der klassische Kunde für so ein Produkt? Also das ist eigentlich unser Seniorenmobil, so kann man es schon sagen. Man ist einfach vielleicht mit dem Auto nicht mehr so sicher unterwegs. Und hier hat man natürlich, das hast du selber festgestellt, eine klasse Übersicht jederzeit. Man will trotzdem mobil bleiben, das ist sehr, sehr wichtig. Man will alleine zum Einkaufen gehen. Man möchte nicht auf die Mobilität verzichten. Und da haben viele vielleicht die Erkenntnis getroffen für sich, das Auto ist vielleicht nicht mehr das Ideale. Und dann steigen doch sehr, sehr viele auf den Bände um, um einfach mobil zu bleiben. Das Ganze funktioniert mit Akku? Richtig. Also ist ein Elektrofahrzeug? Richtig. Was ich mich ja schon immer frage, das ist wieder der Moment, wo die Kollegen sich schon die Augen sollen. Wenn ich nämlich sage, was ich mich immer frage, dann kommt immer irgendwas ganz, ganz, naja, wie soll ich sagen, flachwitzmäßiges. Wenn ein Blitz in ein Elektrofahrzeug einschlägt, ist das dann vollgetankt? Ja, genau. Schlecht. Wir schicken Sie erstmal in die Türkei, liebes Zuschauer. Und haben hier unser Angebot des Tages von morgen. 299 Euro. Und dann sprechen wir hier weiter über die wunderbaren Nova-Motoren. Nova Motors bei uns zu Gast. Liebe Zuschauer, während wir Ihnen das Angebot des Tages von morgen gezeigt haben, unser Sonnenklar-TV-Hotel. Da sind wir echt stolz drauf. Das Siede Crown Sunshine. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt haben wir gerade hier ein Türkei-Produkt, Florian. So in der Sonne, ne? Das macht... Absolut. Macht Laune. Auf jeden Fall. Das ist genauso gut wie Cabrio fahren. Finde ich genauso. Mindestens genauso gut. Frage an euch. Das ist ja wichtig. Wie funktioniert das Ganze jetzt bei euch? Ich suche mir jetzt ein Produkt raus. Meinetwegen auf eurer Webseite. Werden wir nachher auch gleich nochmal zeigen. Wie geht es dann weiter? Also bei uns bucht man wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Also entweder es wird online bestellt, direkt über unsere Website oder auch telefonisch bestellt. Die Produkte werden bei uns in der Firma zusammengeschraubt, geprüft, entmontiert. Und im Anschluss dann durch unseren eigenen Fahrer, das ist sehr, sehr wichtig, zum Endkunden gebracht. Beim Endkunde dann wird wirklich ausführlich das Fahrzeug vorgestellt und erklärt, sodass keine Fragen offen bleiben. Und der Kunde alles nachfragen kann, was er will. Und es wird nicht irgendwie in Einzelteile geliefert, wo dann selber noch Hand angelegt werden muss. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Sondern das ist wirklich so, wie sie jetzt hier stehen, fertig entmontiert. Man kann einen Schlüssel umdrehen und kann sofort losfahren. Das Gute ist, für die ganze Servicewartung etc. haben wir eigene Servicemechaniker, die im ganzen Bundesgebiet unterwegs sind. Die haben ihre Servicewerkstatt im Fahrzeug und kommen vor Ort zum Kunde und führen da auch, wenn nötig, Reparaturen oder Inspektionen durch. Großartige Geschichte. Und das finde ich ja ganz wichtig, gerade bei so einem Produkt. Ich meine, das ist ja eine Investition, obwohl ich ja eben schon gesagt habe, ich bin überrascht, in welch günstiger Möglichkeit man hier sich befindet, sich so ein Fahrzeug zuzulegen. Wenn du sagst, wir haben es gerade auch im Film gesehen, in eurem Werbefilm, 2000 Euro knapp das Modell, wo du drauf sitzt. Meinst, glaube ich, knapp 2500. Richtig. 1,999 und 2,499, die Premium-Variante. Ich denke, das liegt absolut im bezahlbaren Rahmen, um einfach die Mobilität beizubehalten. In Havanna fährt man mit bunten Oldtimern durch die Stadt zum Beispiel und hier hat man die Möglichkeit, ganz stylische Geräte zu bekommen, beziehungsweise Fahrzeuge zu bekommen von Nova Motors. Florian Schwarz bei uns zu Gast, zuständig für den Vertrieb im Haus. Das macht aber Spaß, glaube ich, für so ein Produkt unterwegs zu sein. Absolut. Man kriegt sehr viel positives Feedback und man hat einen angehenden Umgang mit Senioren, die sich jetzt verändern wollen und es macht Spaß. Seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder seid ihr auch in anderen Ländern unterwegs? Unser Vertrieb ist hauptsächlich in Deutschland und man muss sagen, wir sind mittlerweile eigentlich der Größte in Deutschland. Wie gesagt, vorhin schon angesprochen, die Servicemechaniker, die sind auch in ganz Deutschland unterwegs und unsere Auslieferung zum Endkunden können wir auch in ganz Deutschland problemlos gewährleisten. Großartige Geschichte. Wir werfen mal einen Blick gemeinsam auf die Webseite von Nova Motors. Adresse? www.nova-motors.de Und da kann man sich mal ein bisschen durchzermassen. Wie ist denn die Seite aufgebaut, Florian? Also hier sieht man dann im Prinzip die Produkte. Wählt man das einzelne Produkt an, kann man hier auch eine 360 Grad Ansicht des Produktes wählen. Schauen wir mal den Bendy, ne? Genau, das ist jetzt der Bendy. Den gibt es in vier Farben. Hier haben wir das Weinrote, in dem du drauf sitzt, hier das Grüne. Den gibt es noch hier, wie man es auf der Webseite sieht, in Silber und in Grau. Das sind die vier Hauptfarben. Du hast es jetzt gerade so gewählt. Hier sieht man, die Sitzbank klappt hoch. Darunter befindet sich der Akku. Hinter der Lehne, die man übrigens jederzeit auch verstellen kann, sieht man hier ganz deutlich. Bekommt man auch noch ordentlich was in den Kofferraum hier auf der Rückseite rein. Und unter dem Sitz befindet sich dann der Akku der je jederzeit herausgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstanden habe. Man hat einen Akku drin, aber man kann es erweitern. Das ist richtig, ne? Richtig. Da ist noch ein zweites Fach vorbereitet. Hier sieht man es ganz deutlich. Da kann man einfach einen zweiten Akku mit dazu bestellen. Man verdoppelt dann sozusagen die Reichweite, steckt dann lediglich das Kabel um. Das ist total easy und wie gesagt hat dann die doppelte Reichweite. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Senior, wir haben ja auch viele Senioren, die gerne mit Sonnenklar-TV verreisen. Die sagen jetzt, Mensch, das ist eine tolle Geschichte. Ich bin aber so unsicher mit Internet und solchen Sachen bestellen. Kann ich bei euch auch anrufen und mich informieren? Absolut. Das wird sehr, sehr oft auch bei uns so gemacht. Bei uns ist ein Callcenter, die werden schon versuchen, in erster Linie so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Aber wir senden auch gerne einen richtig großen Katalog mit den einzelnen Produkten zu, wo sich dann jeder nochmal im Detail für die Fahrzeuge bestens informieren kann. Und wenn da noch Rückfragen sind, ist auch jederzeit der Callcenter noch bereit, Rede und Antwort zu stehen. Große Sache. Coole Sache. Sechs Nächte Rundreise haben wir auf Kuba für Sie, liebe Zuschauer. Und acht Nächte noch Badeurlaub an einem wunderschönen Strand mit Ultra All-Inclusive. Also mehr kann man in so ein Angebot gar nicht reinpacken. Wo machst du gerne Urlaub? Ja, ich bin auch sehr, sehr gerne in der Türkei unterwegs und auch in Griechenland. Ja, und wir gehen jetzt gemeinsam nach Kuba. Vielleicht ist ja das demnächst mal was für ein Florian. Ohne wohl zu werden. So, liebe Zuschauer, heute haben wir ganz tolle Gäste. Nova Motors sind gerade bei uns Florian Schwarz, der macht und leitet den Vertrieb für großartige Geräte, auf denen wir uns gerade auch befinden, Fahrzeuge. Und nachher kommt Saskia Lepin noch zu mir. Tolle Schlagerserin, Akte 11, Platz 3 der Deutschen Charts. Aber, Florian, wir wollen noch ein bisschen über diese wunderbaren Fahrzeuge sprechen. Wir haben gerade über den Akku gesprochen. Ich würde mal sagen, vielleicht können wir uns das mal angucken, wie man sowas ausbaut. Ist das schwierig oder ist es nicht so schwierig? Ich, das wissen Sie wahrscheinlich, liebe Zuschauer, wenn Sie regelmäßig bei mir reinschauen, dass ich jetzt nicht so der Techniker bin. Früher auf dem Fußballplatz schon. Da hat man mich schon den Ailton des Ostens gerufen. Das will ich nur noch mal gesagt haben an dieser Stelle. Ja, ich bin mir sicher, du bekommst es hin. Ist relativ simpel. Du erklärst mir es am besten, Tolle. Genau. Ich stehe einfach mal hinter das Fahrzeug. Da befindet sich das sogenannte Kofferraum. Da steckt auch schon der Schlüssel. Genau. Den drehst du jetzt. Nach rechts wahrscheinlich? Genau. Und dann guckst du das Ganze einfach ein. Ach Gott, das ist ja ganz einfach. Das ist ja ganz einfach. Und hier siehst du jetzt auch schon einen Akku. Genau, das sieht man auch. Das siehst du hier einfach an der Lasche. Mach mal. Ja, da muss man nur den... Genau. Und jetzt kannst du den kompletten Akku mit nach... Eiergott, das ist ja echt ganz, ganz easy. Und so sieht das aus. Vielleicht kannst du ihn noch mal nehmen. Zeig mal den noch mal in der Kamera. Also man sieht, der Akku ist nicht nur leicht, sondern auch kompakt. Und der Vorteil ist einfach, wenn man keine Garage zur Verfügung hat, kann ich ihn jederzeit mit in die Wohnung nehmen. Entsprechend hier über diese Lasche hier laden. Nach circa acht Stunden ist der Ladevorgang beendet. Ich baue es genauso wieder ein, wie ich es ausgebaut habe. Muss man ja nochmal ganz klar sagen, ist ein Riesenvorteil. Früher gab es ja Fahrzeuge, da musste man ja dann irgendwo zwangsmäßig draußen in der Garage laden. Absolut. Ja, wenn man da nicht genügend Platz hat, im Normalfall baut man sich eine Garage auch nur so, dass ein Auto reinpasst oder sonst irgendwas, nimmt man den Akku einfach mit nach drin. Wie lange braucht der, um wieder voll zu sein? Ja, ich sagte so in etwa acht Stunden, also über Nacht, bequem laden. Wenn man natürlich die komfortable Ausgangssituation hat, sich noch einen zweiten Akku bestellt zu haben, kann man eigentlich immer mit einem fahren und den anderen derzeit auch wieder laden. Also das ist alles kein Problem. Aber hier drin im Helmfach haben wir natürlich Platz für beide Akkus. Und passt noch ein Sixpack rein. Absolut. Wenn man nicht stattfährt, ist auch wichtig. So, alkoholfrei natürlich, das ist klar. Angeschlossen ist er auch genauso schnell wieder, also das ist echt eine ganz, ganz easy Geschichte. Finde ich super. Wie lange, was hat denn so, und was ich immer noch ganz wichtig finde, Florian, was hat denn so ein Akku für eine Lebenszeit? Kann man das sagen? Es kommt natürlich auch in erster Linie immer darauf an, wie behandelt man den Akku. Es ist wichtig, dass er nicht tiefenentladen bei Minusgrad in der Garage steht. Ansonsten so circa 500 Zyklen, Ladezyklen sind mit diesem Akku problemlos möglich. Und kann man natürlich, wenn man jederzeit auch nachbestellen, was kostet so ein Akku, nur mal, dass man so ein Gefühl dafür bekommt? Wie gesagt, hier bei der Premium-Variante liegt der Akku bei 599 Euro und hier bei 499 Euro in der Basisvariante. Da ist man schon eine ganze Zeit mit unterwegs, liebe Zuschauer. Wir schicken Sie jetzt nach Bulgarien. Das Schöne ist, bei uns bekommen Sie eine Woche Urlaub geschenkt. Zwei Wochen reisen, nur eine Woche zahlen. Ich war schon oft in Bulgarien unterwegs. Warst du schon mal in Bulgarien? Nee, leider nicht. Leider nicht. Du bist ja ein Türkei-Fan, haben wir ja heute hier schon an dieser Stelle erfahren. Liebe Zuschauer, 549 Euro für zwei Wochen mit All-Inclusive. Und Sie kriegen echt ein schönes Hotel und können eins erleben. Badeurlaub an einem wunderschönen Sonnenstrand, eine der beliebtesten Ecken überhaupt. Und wenn Sie wollen, auch jede Menge Kultur. Mein Tipp, Nessebar. Florian Schwarz von Nova Motors bei uns zu Gast. Wir sprechen über die Fahrzeuge aus dem Haus. Wollen wir noch so mal ein bisschen ins Detail eingehen? Weil der Zuschauer, der jetzt zu Hause sitzt, der würde sagen, Mensch, die sind sich ja schon sehr ähnlich, aber die unterscheiden sich doch schon in ein paar Sachen. Jan, absolut. Also nicht nur die Farbe ist unterschiedlich, sondern das Premium-Modell, auf dem du sitzt, hat natürlich gewisse Vorteile gegenüber der Basisvariante. Zum einen, du hast jetzt gerade eben schon die erste relevante Geschichte eingeschaltet, nämlich das Licht. Wir haben hier einen LED-Scheinwerfer, sehr, sehr hell. Und vor allem die Geschwindigkeitsanzeige bei dir ist digital. Hier bei diesem Fahrzeug haben wir noch eine automatische Bremse. Das heißt, wenn du einen Berg runterfährst, vom Gas gehst, bremst das Fahrzeug automatisch und rekuperiert sogar und lädt dabei wieder die Batterie ein Stück weit zurück auf. Finde ich super, ne? Jetzt ist hier, finde ich, ein Tachostand, finde ich super, ne? 0,00, ein ganz neues Fahrzeug hier. Das ist noch gar nicht gefahren, außer die paar Meter wahrscheinlich, die ich gefahren bin. Finde ich super, ne? Wie sieht denn das mit Garantie und sowas aus? Auch das ist, glaube ich, für einen Endverbraucher sehr, sehr wichtig, dass man da abgesichert ist, wenn irgendwas mal ist, was man natürlich nicht hoffen will. Richtig. Also zwei Jahre Gewährleistung geben wir immer auf unsere Fahrzeuge. Wir müssen auch sagen, dass bei diesen Fahrzeugen nahezu null Probleme sind, ganz, ganz geringer Anteil. Meistens ist es dann doch eine Fehlbedienung, wo dann relativ schnell ausgemützt werden kann. Wie gesagt, unsere Techniker, die kommen vor Ort und nehmen sich der Sache an. Und bis jetzt haben sie alle Probleme eigentlich ganz gut beseitigt bekommen. Ganz wichtige Frage, die wir unsere Zuschauer nach Bad Hofgastein, nach Österreich schicken. Techniker kommen vor Ort, wie lange muss ich denn warten, wenn ich jetzt mal ein Problem habe mit meinem Fahrzeug? Bin ich da jetzt ein paar Wochen stillgelegt? Also bei uns ist es so, je nachdem natürlich, wie viele Auftragslagen sind, im Regelfall innerhalb von 14 Tagen, wird bei uns ein Termin zugesichert. Da wird dem Kunde auch angerufen. Wir werden uns auch orientieren am Kunden, wann er denn Zeit hat. Und der Servicemechaniker arbeitet dann die Aufträge nacheinander ab. Im Regelfall sind sie innerhalb von 14 Tagen bei Ihnen gewesen und haben das Problemchen, sofern eins war, beseitigt. Jetzt muss ich nochmal eine Frage stellen, vielleicht ist es für dich ein bisschen dämlich klingt. Muss ich so ein Fahrzeug anmelden irgendwo? Klar, dieses Fahrzeug ist schon versicherungspflichtig. War gar nicht so dämlich, meine Frage. Also das Fahrzeug muss nicht amtlich zugelassen werden. Aber wie man es beim Mofa auch kennt, das kleine Versicherungskennzeichen muss am Fahrzeug angebracht werden. Und dieses Fahrzeug, das ist vielleicht für viele interessant, ist fahrerlaubnisfrei. Okay, das kleine Kennzeichen bekomme ich bei meinem Versicherungsvertreter? Beim Versicherungsvertreter, bei der Hausbank im Regelfall, wenn Sie eine Versicherungsabteilung haben. Genau. Wie hieß der immer von der Hamburg-Mannheimer, den Sie immer berufen haben? Hallo Herr. Ja, liebe Zuschauer, man muss wirklich sagen, zu diesem Angebot, das ist schon das kompletteste Ägypten-Angebot, was es gibt. Zum einen gibt es die beliebte Nilkreuzfahrt auf dem Premium-Schiff mit einer Vollpension. Und zum anderen schicken wir Sie noch zwei Nächte nach Kairo. Da werden Sie die Sphinx und Gizeh noch besichtigen können, das Ägyptische Museum. Packen wir alles auch in die Kosten direkt mit rein, kriegen ein schönes Vier-Sterne-Hotel. Und dann gibt es ja noch Badeurlaub, zwölf Nächte in dem Dauerbrenner bei uns bei Sonnenglad. Wenn es um die wunderschöne Makadi begeht, die Region, die Anfang der 90er Jahre entstanden ist, unser Labranda Royal Makadi. 1299 Euro, absoluter Knallerpreis. So, Florian, jetzt haben wir ja schon viele technische Aspekte abgesprochen hier über eure Fahrzeuge. Aber wie sieht das jetzt aus mit dem Sitz? Den kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen verstellen, ne? Wenn ich ein bisschen dicker bin. Ja, genau. Schau mal, rechts von dir hast du einen Hebel. Hier. Genau, den musst du gerade nach oben ziehen. Und dann kannst du quasi die Lehne bzw. den Sitz vor und zurück verstellen. Ich habe die Handgrenze nicht drin, ne? Nicht jeder ist gleich groß. Und deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass du hier die Lehne problemlos zu stellen kannst. Wichtige Funktion geht auch ganz einfach. Genau. Im Normalfall. Und dann eine Einrichtung für die Menschen, die jetzt auf einen G-Stock zum Beispiel angewiesen sind. Auch da gibt es hier natürlich eine Möglichkeit. Absolut. Du sprichst es an. Entweder die Möglichkeit, einen G-Stock zu befestigen. Man hat auch die Möglichkeit, das zu erweitern. Wenn jetzt jemand tatsächlich vielleicht sogar auf Krücken angewiesen ist, kann er die problemlos am Fahrzeug anbringen und kann sie somit jederzeit und überall mit hinnehmen. Großartige Geschichte. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Was machen eure Fahrzeuge so besonders? Warum lohnt es sich? Ich finde ja das Preis-Leistungs-Verhältnis zum einen schon mal sensationell. Aber was sind so die Hauptaspekte, wo du sagst, das macht schon richtig Spaß, sich so ein Fahrzeug zuzulegen? Ja, vor allem die Mobilität ist einfach immer gewährleistet. Du hast es vorhin schon angesprochen, bei schönem Wetter das Fahrzeug zu nutzen ist toll. Ich kann damit zum Einkaufen fahren. Ich habe hinten rückwärtig genug Staufach, um meine Einkäufe unterzubringen. Ich habe geringe Unterhaltskosten, brauche lediglich das Versicherungskennzeichen. Muss mir keine Gedanken machen über die Reichweite. Die reicht in der Regelfall immer aus. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, durch den zweiten Akkupack bis 90 Kilometer Reichweite tatsächlich zu erreichen. Ansonsten ein tolles Gefährt mit vernünftigen Scheibenbremsen vorne. Also im Großen und Ganzen wirklich ein tolles Fahrzeug. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist eben diesen Service, den ihr auch anbietet. Weil es ist ja ganz wichtig, gerade wenn man jetzt vielleicht auch schon in einem Alter ist, wo man froh ist, wenn einem wirklich auch kompetent und schnell geholfen wird. Also ich finde es ganz, ganz tolle Produkte. Ich bin auch hier heute schon ums Objekt gefahren hier bei Sonnenklad TV, liebe Zuschauer. Die Münchner haben geguckt, wie ich hier um die Ecken gehe. Mit Nova Motors und Florian Schwarz sind wir hier in der ersten Stunde der Kuhnert & Co. Holiday Show. Jetzt haben wir so viele tolle Dinge erfahren, Florian, in der Stunde. Lass uns das nochmal so zusammenfassen. Alles, was wir besprochen haben. Tolle Produkte, am besten informieren auf der Webseite oder ganz einfach einen Katalog bestellen und anfordern. Wie mache ich das? Genau, also auf unserer Webseite www.nova-motors.de. Da steht auch unsere Hotline. Da können Sie gerne anrufen und sich unverbindlich einen Katalog speziell jetzt für diese Bandys anfordern und zukommen lassen. Da können Sie sich dann vorab nochmal informieren. Da stehen die Details exakt drin von diesem Produkt. Und wenn Sie dann Lust auf unser Produkt bekommen haben, können Sie das ganz normal oder ganz easy online bestellen oder auch telefonisch bestellen. Unser Fahrer kommt dann mit dem aufgebauten Produkt vor Ort, stellt Ihnen das dann nochmal vor, erklärt Ihnen alles und gerne können Sie damit dann auch eine Probefahrt machen. Was ich ganz wichtig finde, es gibt ja noch mehr. Wir haben ja jetzt in dieser Stunde uns auf die Elektrofahrzeuge speziell für Senioren konzentriert. Aber es gibt ja noch viel mehr Produkte bei euch. Absolut. Wir haben jede Menge Motorroller, auch Elektroroller im Angebot. Hier auf der Homepage sieht man das gut untergliedert in den einzelnen Rubriken. Da können Sie sich informieren vom City-Flitzer, wo es sehr kompakte Ausführungen gibt, wo man auch eine Möglichkeit hat, ihn im Wohnmobil mitzutransportieren, beispielsweise oder auf der Deichsel vorne im Wohnwagen mitzutransportieren, bis zum etwas größeren Fahrzeug, wo man dann natürlich auch die entsprechende Reichweite dann ordentlich draufpacken kann. Wir haben, wie gesagt, die Spanne, die du angesprochen hast, ist relativ groß und wir haben da sehr, sehr viele gute Produkte im Angebot. Und ihr seid ein relativ junges Team, muss man sagen. Ihr seid alle sehr motiviert. Es sind ja ein paar Leute mit dabei heute hier bei uns im Studio. Ich finde es großartig. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, liebe Zuschauer, www.novamotors.de. Da können Sie sich mal reinklicken. Vielleicht ist ja Ihr nächstes Traumgefährt dabei. Ich habe ja meinen Liebling schon gefunden, mit dem ich hier nachher nach der Sendung aus dem Studio rausfahren werde. Behalten darf ich ihn leider nicht. Ich habe schon höflich angefragt bei Jungs, das geht leider nicht. Ansonsten vielen Dank. Ja, ich fand das total spannend. Tolles Thema, wichtiges Thema. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch viel von euch hören und sehen werden. Vor allem mit diesem, ich finde ja dieses Design einfach großartig. Gibt es da speziell jemanden, der sich darum kümmert, der sagt, Mensch, das und das wäre ganz witzig, das wäre ganz trendig. Vor allem auch, ich meine, es sieht toll aus, wenn man da über die Straße fährt. Absolut, Jan. Da muss man sagen, das junge Team, das du angesprochen hast, das ist sehr, sehr kreativ. Wir informieren uns regelmäßig, versuchen Designveränderungen gewissermaßen zu vertesten, auch zu schauen, wie kommt es tatsächlich beim Endverbraucher an. Und so entwickeln wir oder sukzessive ergibt sich dann dadurch auch ein neues Fahrzeug mit neuem Design. Großartig. Vielen Dank, Florian. Und bei uns geht es gleich weiter mit Saskia Lepin. Freue mich drauf. Da gibt es auch wieder einen tollen Auftritt hier in der Holiday Show. Und vorher schicken wir sie gerne nach Corfu. Meine persönliche Lieblingsinsel von Griechenland. Ich habe natürlich auch so seine Favoriten. Ist dieses Jahr schon Urlaub geplant bei dir? Ja, dieses Jahr geht es nach Italien. Och, man, nicht in die Türkei. Jetzt bin ich aber wirklich überrascht an dieser Stelle. Ausnahmsweise mal Italien. Wir schicken Sie eine Woche all inclusive auf Corfu.